Ich habe gerade mitgekriegt, dass die Cotte die Hühner rausgescheucht hat. Victory! Von 14 Hühnern, die wir gestern in diesen Notstall rein haben, haben 14 überlebt. 14 Hühner haben uns den Kopf entgegengestreckt, als wir eben gerade kamen. Und die Cotte hat jetzt die Hühner mal rausgescheucht. Lisa, was sagst du zu deinen Mädels und deinem Jungen? Bewegen sich frei im Garten. Die anderen, die ein bisschen bösartig sind von diesen, halt auf ihr Vorrecht bestehen, sind in ihrem Gehege eingesperrt und Henry und Mädels laufen frei rum zwischen den Hunden. Scheint so. Das ist die Hühnelotte. Hä? Was ist? Wer ist wo? Das ist der Klumfuß. Welche? Wo kommt was? Die vorne hier, die dicke. Wo ist denn deine vorne, eine dicke? Also ich halte mal die Kamera drauf, ich weiß nicht, wer du sie meint. Ja, die vorderste. Die vorderste. Die vorderste rechts oder die vorderste jetzt Mitte? Das ist die Hühnelotte hier vorne. Wo? Die erste. Die erste hinkt? Also ich weiß nicht, wo du siehst, dass die hinkt. Ja, die hinkt. Okay, die hinkt. Und welches Klumpfuß? Die jetzt da hinten dran, an dem Hintern? Ja, die ist Klumpfuß. Ja, der rechte ist ein Klumpfuß. Okay, dass der sogar ist. Na ja. Patiara ist ein Hüt- und Wachhund. Die ist ein Rottweiler-Podenko-Mix, glaube ich. Deutscher Pincher-Podenko-Mix. Ah, Deutscher Pincher-Podenko-Mix. Okay, sorry. Da haben wir den Gangster. Der ist ein Chef von Labrador. Danke für das Gespräch. Da haben wir Hühner. Das sind Hühner. Huch, die drei Schwarzen sind ab. Die sind unternehmungslustig. Das ist geil. Ja, Hinsagen. Komm her. Lass sie in Ruhe. Ja, kann sie doch. Ach, guck mal. Da hinten ist der Arno. Und die... Wir hatten eigentlich 20. Ich hatte gedacht, ich hätte 20 Hühner gerettet. Das war auch nur... Ich habe auch nur 20 bezahlt. Und die Hocker sagt mir gestern triumphierend. Wir haben 21. Und ich so, jo. Weil der uns auch einen Huhn schenkt. Aber tatsächlich, wir haben 10 dem Ernesto gegeben. Und wir haben 11 Hühner hier. Also laut Adam Riese hatte Kurt recht. Kommt selten vor, aber kommt vor. Hey. Das war's. Viel Spaß. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.